Hallihallo der Beutel hier, willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Sorcery in der Montagsfolge, Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ja, ich habe das Wochenende damit verbracht zu verzweifeln, nämlich ich habe hier oben auf unserer neuen Baufläche versucht irgendwie eine Mauerburg, also erstmal nur die Grundrisse zu legen. Aber da gibt es echt Probleme. Du kannst nämlich nicht einfach so an einer Stelle anfangen. Ich dachte mir halt, an einer Stelle soll das Haupthaus hin und dann fängst du dort an, überall mal dem Gelände entsprechend so eine Fundamente zu setzen. Das geht ganz gut, aber du kommst am Ende nicht genau wieder dort raus. Also das ist nicht anschließend. Also ich kann es euch ja mal ganz kurz erklären. Wartet mal, dann nehmen wir uns mal ganz kurz Baumaterialien. Ich habe hier auch schon ein bisschen vorbereitet. Was heißt denn hier Armband nicht eingestellt? Was bedeutet das denn? Ach, guckt mal. Ja, ich habe hier den Kartenraum aufgestellt und ich glaube, der Bock, der will verreißen. Aber sein Armband ist nicht eingestellt. Na, das ist ja irre. Genau, also passt auf. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Mal hier an einem Beispiel. Ne, wo habe ich denn das Zeug eingelagert? Hier, nehmen wir uns mal ein paar Stöcke. Nehmen wir uns mal ein paar Steine. Jetzt sind wir vielleicht überlastet. Ne, geht. Also. Gebäudeteile. Nehmen wir jetzt hier mal Sandstein. Nehmen wir mal an, das hier wird dann unser Grundhaus. Ne, unser Haupthaus. Und dann fängst du an, hier irgendwie Mauern zu ziehen. Quatsch, dann machst du hier mal so eine Ecke rein. Halt. So eine Ecke rein. Und dann gehst du da wieder ein bisschen weiter. Und so weiter und so fort. Ebenfalls machst du das halt in dem ganzen Gelände, was ja ziemlich groß ist. Machst du das so eine Runde rum. Baust dort mal einen Turm rein. Und dies und jenes. Und dann kommst du aber nicht wieder so hier an. Weißt du? Also ich will dann hier an meinem, was sind das für Geräusche? An meinem Haupthaus wieder so ankommen, wie das hier eingezeichnet ist. Aber es ist nicht der Fall. Sondern es fehlt ein halber Meter. Oder es überlappt so komisch. Echt eine merkwürdige Nummer. Ich dachte halt, mit meinem logischen Mathematikwissen kommt man da weiter. Aber das funktioniert nicht. Jetzt habe ich dann im Internet gegoogelt. Habe dort Conan Exiles Layout eingegeben. Layout ist englisch und bedeutet Grundriss. Und da gab es so verschiedene Grundrissformen, die Sinn ergeben, die auch wieder zusammen gehen. Also wo am Ende auch wieder das Bauteil da an das andere passt, an das ursprüngliche. Und ich habe mich jetzt für eine Fläche entschieden. Zeige ich euch später. Also heute wird noch nicht so viel gebaut. Wir müssen erst mal vorbereiten. Genau. Zeige ich euch alles noch später. Es wird geil. Es wird geil. Ich habe richtig Bock. So, wieso will er hier nicht? Ah ja, jetzt müssen wir uns erst mal hier eine Treppe nach oben bauen. Ihr hattet mir ja geschrieben, Mensch, dann baut ihr doch einen Fahrstuhl oder so. Können wir später machen. Aber jetzt müssen wir erst mal so zur Rande kommen. Was ist denn hier los? Wieso ist denn das hier so verpackt? Ah jetzt. So, wartet mal, Leute. Wir müssen uns erst mal irgendwie nach oben bauen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Da wollte ich jetzt nicht, äh, die ganze Zeit offscreen den ganzen Scheiß schon vorher machen. So. Wartet mal. Bin mal hier. Zack, zack. Bin mal hier. So. Das reicht, ne? Jetzt kommt... Ne, hier kommt... Echt? Was ist denn das? Jetzt kommen wir hier immer noch nicht hoch. Das ist ja voll die Gemeinheit, Leute. Hier gibt es eine kleine Kante. Wartet mal. Kommen wir hier vernünftig hoch? Ne, er... Er spackt hier so komisch rum. Na gut. Dann müssen wir noch mal hier eine Treppe reinfahren. Halt. Und hier noch ein Fundament. Und dann sollten wir doch hier ganz normal hochlaufen können, ne? Dann machen wir hier auch noch eine Treppe. Wartet. So. So. Okay, jetzt können wir schon mal... Was habe ich denn hier für den Quatsch gebaut? Nein, egal. Hauptsache, wir sind jetzt schon mal hier. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen. Aber das kriegen wir, glaube ich, mal hin, indem wir... Wie machen wir es am besten? Äh... Scheiße. Also Fahrstuhl ist eine gute Idee, Leute. Aber der fährt halt extrem langsam. Und ich will mir nicht extra die Mod installieren. Wie kommen wir denn jetzt hier am besten da hoch? Ne, dann gehe ich ja in diese Struktur rein. Scheiße, Leute. Warte mal. Wir müssen mal gucken. Das ist nicht so einfach hier in diesem Gelände. Äh. Obwohl, wenn wir hier weitergehen... Jetzt fehlt es uns schon wieder an Stein. Äh. Das wird alles nichts. Das ist Mist. Das ist Mist, was ich hier gebaut habe. Wenn wir uns einfach so eine Treppe komplett hier hin... Ne, das wird auch nichts. Naja, Leute. Äh. Müssen wir noch mal Materialien. Was macht er? Hahaha. Der Typ ist echt geil. So. Äh. Was fehlt uns? Steine. Steine haben wir genug. Machen wir nur die Hälfte Holz wegen Gewicht. Achso. Wir können auch mal die eine Maske absetzen. So. Und das hier rüber. Äh. Die Schleimsuppe rüber. Betäubungshilfeile und sowas brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Das tun wir mal alles rüber. Dann können wir nämlich auch mehr tragen. Eigentlich, wie kommen wir denn jetzt am besten da hoch? Wollen wir doch so einen Fahrstuhl bauen? Müssen jetzt hier irgendwie schräg da hoch. Aber wir kommen dann hier in die Quere. Ja, wartet mal. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Dann machst du jetzt. Da sollten wir doch dran vorbeikommen, oder? Ja, es wird alles nicht so schick. Aber das reißen wir ja auch später wieder ab. Später wird das nämlich schick. Dann, ähm. Werden wir in der heutigen Folge noch. Wenn wir es überhaupt zeitlich schaffen. Ich bin nämlich schon wieder. Oh ne. Das wird doch so nichts vom Winkel her, oder? Naja, doch. Es könnte was werden. Ich bin nämlich schon wieder spät dran, wegen diversen Arztbesuchen. Das Thema nervt mich auch langsam mit den Arztbesuchen. Aber ich hoffe, das ist bald mal Geschichte. So, was ist jetzt hier hin? Oh. Ja, komm. Mal höher. Doch, das sieht gut aus. Das sollte was werden. Wie gesagt, das ist jetzt hier alles nur improvisiert. Wartet mal. Ah, ne. Okay. Ein bisschen Schaden bekommen. Ist aber nicht schlimm. Oh. Ja, aber bei der Krustlerarbeit müsst ihr halt auch ab und zu mal dabei sind. Immer alles offscreen machen, kann ich nur auch nicht. Du Depp. Jetzt setzt das Ding da hoch, verdammt mich. So, zack, zack. Zack. Das sollte uns reichen. Dann bauen wir mal schnell ein paar Treppen. Jetzt werden uns wahrscheinlich gleich wieder die Materialien ausgehen. Ah, komm. Setz rein die Bude. Bitte. Okay. Das steht. Ja, das könnte was werden. Allerdings gibt es jetzt hier gleich Probleme, Leute. Ah, das wird enge. Aber egal. Wir kriegen das schon hin. Wir kommen schon irgendwie da hoch. Oh, ne. Was fehlt jetzt? Stehne. Ja gut, dann holen wir nochmal eine Ladung Steine, Freunde. Die Rallys, die haben übrigens, äh, sehr gut gekämpft in der letzten Folge. Die muss ich wirklich nochmal loben. Das haben die echt gut gemacht. Schon wieder die ganzen Steine weg. Alter, sieht das scheiße aus. Aber egal. Und ja, genau. Wir müssen dann nochmal nach Sepermeru, so heißt es, ne? Und da brauchen wir dann Strals, die uns hier oben die ganzen Eisenverstärkungen anfertigen. So, das sitzt. Komm, bitte. Und jetzt, pass auf. Nein, du Arschgeike. Los, hoch mit dir. Kletter. Setzen fast runtergesäbelt. Guckt mal, Leute. Da habe ich nämlich schon was vorbereitet. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. So, wartet. Was wir anvisieren. Guckt mal, das sollte doch gehen. Ist zwar hier eine blöde Kante, aber wir kommen hoch. So, Freunde. Dann zeige ich euch mal den ganzen, äh, Kletterer-Datsch. Also, das ist der Grundriss fürs Haupthaus. Da habe ich mich für Arena entschieden. Und, äh, genau. So wird es dann werden, Freunde. Das wird ein ziemlich großes Haus. Und, äh, genau. Die Burgmauern, die gehen dann hier quasi einmal im Kreis rum. In der Mitte werden dann, äh, ja, so diverse Mittelalter-Gebäude. Also, so im Mittelalter-Stil. Und dann müssen wir hier irgendwie noch eine Riesenbrücke schaffen, die dort rüberführt. Das Ding ist, das ist ja eigentlich Kleidsfestung, das Dungeon. Ich weiß nicht, ob wir dort bauen können. Ich habe zwar in den Einstellungen eingestellt, dass wir überall bauen können. Aber dann schrieb ein Zuschauer von euch, das geht dann zwar alles, aber du kannst dort kein Israels abstellen. Da müssen wir mal gucken, wie das ist. Ähm, ja, Leute. Das ist der Plan. Da drüben soll dann komplett der ganze Religions- und Magiekram hin. Äh, und hier soll dann so der normale Kram hin. Und, äh, es soll halt am Ende eine geile Festung werden. Was sich aber über mehrere Folgen ziehen wird. So, Freunde. Jetzt haben wir erst mal uns den Weg nach hier oben geschaffen. Das heißt, wir können jetzt hier immer Material hochbringen und alles Mögliche. Der Kartenraum ist unten. Ähm, genau. Jetzt müssen wir bloß noch in den Schmelzöfen ist auch schon einiges vorbereitet. Zwar noch nicht so viel, aber ich denke, ich denke mal, was er da immer macht, ist hier denn schon. Guck mal, hier haben wir nochmal Stahlfeuer. Das können wir hier neiglatschen und den Ofen anschmeißen. So, jetzt guck mal. Wir haben ne Keule, wir haben Gesundheitstränke, wir haben ne Fessel. Das Radverschmerzen ist auch noch da. Die Tiere, die wollen immer noch verreisen. Super. So, dann gehen wir mal nach Sepere. Oh, ich kann dieses Wort immer nicht aussprechen. Sepere. Naja, ihr wisst schon, wie das heißt. Hahaha. Und hier könnte es auch noch Probleme geben, weil das zu nah an der Stadt ist. Äh, dass man dort eventuell dann keines Rals abstellen kann. Wir werden es alles sehen. So, jetzt brauchen wir erst mal gescheite Leute. Wir brauchen einen Tüchler, wir brauchen einen Schmied. Ach, ich hab wieder hier die Dings nicht eingestellt. Einstellungen, Gameplay, Namensschilder, Anzeigen. So, Bogenschützen brauchen wir nicht. Wir brauchen fleißige Mitarbeiter. Wer bist du, Kämpfer? Ein Schmied? Hier hätten wir schon mal einen Zweierschmied. Ein Zweierschmied, jetzt müssen wir noch gucken, wo ist denn unser Rad der Schmerzen? Aber wir laufen direkt drauf zu. Wir könnten schon mal einen Zweierschmied klar machen, Leute. Wollen wir das machen? Allerdings werden die anderen dann wahrscheinlich auch sauer. Hier sind zwei, äh, zwei Zimmermänner. Das ist gut. Ein Tänzer, ein Kämpfer. Kämpfer. Ich glaub, wir müssen erst mal die Kämpfer wegmachen. Sonst gibt's hier gleich Ärger. So, vielleicht finden wir ja sogar einen Nehmt. Sorgen was. So, Bogenschützen brauchen wir nicht. Kämpfer. Alles klar, Leute. Dann kümmern wir uns mal um die Zweizimmermänner. Das wart ihr hier, ne? Ne, du warst die Tänzerin. Hier. Ich schätze mal, wir müssen aber den erst beseitigen. Weil der wird uns jetzt hier gleich in den Arsch treten. Aber wir probieren's mal. Wenn der weggelaufen ist, holen wir uns schon mal einen oder zwei Zimmermänner. Oder wir prügeln hier alle nieder. So, passt auf. Schild wär noch gut. Aua. So, einer liegt. Zwei liegen. Ich pack die einfach alle ins Rad und fertig. So, wartet. Ausdauer wieder nicht drauf geachtet. So, da hätten wir schon mal unseren Schmied. Aua. Aua. So, okay. Halt, 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 halt. Mann. Lass mich doch mal, bitte. Irgendwie hab ich mich verdrückt. Alter. So, du Blödmann. Schluss jetzt hier damit. So, das war der stückische Kämpfer. Den machen wir kaputt. Obwohl, der kann jetzt erst mal egal sein. Wir nehmen jetzt die Fesseln, Leute. So, da haben wir aber ganz schön auf den Sack gekriegt jetzt. Erst mal hier einen Schluck Limonade. So, da ist der Zweierschmied. Jetzt müssen wir nur das Rad finden, Leute. Was ist da drüben, ne? Habe mich da jetzt irgendwie geschaut? Ach, nee, hier ist es. Guck mal, das ist ja praktisch. So, das sollte auch noch gut gefüllt sein. Genau. Der läuft schon mal durch. Die Zimmermänner nehmen wir auch mit. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, fleißige Mitarbeiter, die uns schnell das Zeug produzieren. Du warst ein Tänzer. So. So. Der Zimmermann. Genau. Die brauchen wir auch. Sind zwar nur Zweier, aber vielleicht finden wir ja auch noch Dreier. Aber wir haben schon mal welche im Rad drin. Das ist doch wichtig. Läuft die Aufnahme überhaupt? Yo. Also die Folge morgen, die wird sehr, sehr lange. Stellt euch schon mal drauf ein, Freunde. Ach, ich habe ja das Rad der Schmerzen übelst schnell eingestellt. Also die Stats so weit runtergestellt, dass die Leute auch ganz schnell fertig sind. Okay, haben wir einen Zweier Schmied, einen Zweier Zimmermann. Dreier wäre mir eigentlich lieber. Wir gucken mal. So, das war Schmied 1. Kämpfer 2. Was warst du? Ein Toter. Okay. Dann schauen wir mal weiter, Leute. Tänzer brauchen wir nicht. Du bist... Ein Koch brauche ich jetzt momentan auch nicht. Ich sehe einen Scheiß. Du bist ein Kämpfer. Kämpfer. Bogenschütze. Ja, wir suchen jetzt hier die Stadt ein bisschen ab, Leute. Hier drinnen ist eigentlich keiner, ne? Nö, Conan ist auch nicht mehr da. So. Müssen wir eigentlich nur Ausschau halten. Was ist denn das da unten für ein Typ? Das sind wahrscheinlich auch nur Kämpfer. Rüstungsmacher, okay. Schmied der Stufe 2. Ist doch gut. Den brauchen wir. Ja, komm her. So, das war der Schmied hier. Kriege ich den angeklickt von hier oben? Ne. So, jetzt haben wir ihn. Ist er noch dran? Ich glaube schon, oder? So, da ist das Rad. Ist der jetzt noch dran, oder nicht? Ne, der ist nicht mehr dran. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Typ jetzt? Er ist despawned. Scheiße, Leute. Na gut, dann müssen wir weitergucken. Aber am liebsten werden wir ja eh nehmt. Können wir mal hier hinter klotzen? Das sind alles Kämpfer hier, ne? Ja. Dreier. Bogenschütze. Ja, wir gucken mal. Wir finden schon noch ein paar. Skorpione. Bisa an der Schatz-Suche. Das ist ein Kämpfer. Achso, ja, ne. Den kennen wir ja schon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, 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 ja. Quatsch mir. Quatsch dir mal kein Zahnlogger. Bogenschütze, Stufe 2. Das sind alles Bogenschützen, ne? Kämpfer. Äh, wo müssen wir denn da gucken? Da drüben sind wieder die Wilden, die uns aufs Maul hauen wollen. Oh, hier sitzen noch zwei. Vielleicht ist da ja ein geeigneter dabei. Kämpfer. Kämpfer. Hau ab. Die scheiß Plünderer, die Nerven. Oh, da vorne ist ein Träger aus. Das sind drei auch zufällig. Okay. Habt ihr alle ne Macke, oder was? Ey, Leute. Ich bin alleine hier. Pisst euch. Warte mal. Ich kletter mal schnell hier hoch. In der Hoffnung, dass die... Alter, die sind aber aggressiv. Gehen's bitte weiter. Hier gibt's nix zu sehen. Vielen Dank. Geht doch. So. Ne, ist ein Einer-Träger. Kämpfer. Wir sind überall noch Kämpfer. Das ist Mist, Leute. Völliger... Völliger Mist. Ein Alchemist. Okay. Hier sind wir da aggressive, Leute. Oh, geht doch hoch. Was ist denn mit dir? Ach so, du hast keine Aussauers. Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht bedrängen. Oh, wie der manchmal klettert. Das Wahnsinn. Hier gab's doch irgendwo diesen Nehmend... Äh... Dings hier. Wo hab ich denn den nur gefunden? Ich blick hier in dieser Stadt echt nicht durch, Leute. Total abgefahren. Kriegt man Schaden, wenn man ins Wasser hüpft? Nö. So, was bist du hier für einer? Ein einsamer Fischer. Koch. Ne, ich will keine Köche. Da gab's doch diese eine Stelle, wo ich so Nehmend Schmied her hatte. Oder... Ne, Nehmend Gerber. Die Frage ist, wo war das, Leute? Der war irgendwie ein bisschen weiter oben. Bin ich hier schon wieder völlig raus aus der Stadt. Ich blicke halt hier nicht durch. Ich blicke hier halt nicht durch. Selbst wenn wir den jetzt finden, finde ich dann bestimmt das Rad der Schmerzen nicht mehr. Naja, wir gucken mal, Leute. Aber ich freue mich auf dieses Bauprojekt. Das wird total klasse. Wir werden da... Oh, hier sieht's auch total schön aus, ey. Wir werden da echt ein paar Wochen lang wahrscheinlich damit beschäftigt sein. Aber wir werden jetzt nicht nur bauen, ne? Wir müssen auch immer mal Exploration-Runden, äh, machen. Jetzt sind wir ja wieder hier. Ich versteh das nicht. Wie ist denn diese Stadt nur aufgebaut? Ach, hier oben war der, ne? Guckt mal. Jetzt sind wir richtig, Leute. Jetzt können wir nur hoffen, dass da irgendein Name-Typ dabei ist. Ansonsten bauen wir dann erst mal, äh, eine Schmiede auf. Setzen dort den Typen rein, weil wir brauchen Stahlverstärkung ohne Ende für unser Bauvorhaben. So, du bist Bogenschütze, Kämpfer. Hier war der mit dabei, ne? Vielleicht haben wir Glück, Leute. Das waren die ganzen Händler, ne? Kämpfer. Algerber. Stufe 1. Alchemist. Alchemist 2. Hm, nicht das, was ich brauche, Leute. Aber egal. Ich glaub, wir brechen jetzt hier ab an der Stelle. Ich hab heute hier keinen Erfolg. So, mal ein Stück trinken, genau. So, wo ist unser Rad? Wir bewegen uns vom Rad weg. Nee, da muss es sein. Was ist denn mit dir los? Meine Fresse, ey. Jetzt hab ich auch die Schnauze voll. Schluss jetzt hier. Ja. Zack. Während der einen Backflip gemacht hat, hab ich ihn zerteilt, dieses Arschloch. Ähm, Entschuldigung, Leute. Ich soll ja nicht immer so viel fluchen, Herumschreiber. Vier gegen ein. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Ihr seid doof. Keine Ausdauer mehr. Hier gab's doch auch... Ey, Alter. Boah, wie aggressiv die sind. Das ist Wahnsinn. Zimmermann. Gerber der Stufe 2. Den nehmen wir. Ich muss erst mal bloß die Idioten hier loswerden. Warum könnten die mir hier nicht alle helfen? Guck mal, die kommen sogar hier hoch. Gab's denn nicht irgendwo diese Tür, die halb offen war? Da kommt man nämlich... Äh, da soll's nämlich irgendwas eh hoch, Mann. Diese Stadt macht mich wahnsinnig. Ach so, die hauen ja nicht ab, wenn ich nicht an der Wand hänge, ne? Dann häng dich mal an die Wand. Okay, sind weg. So, wo hab ich denn den Gerber gerade gesehen? Da. So, dich brauche ich. So, der kommt jetzt mit. Jetzt muss ich bloß wieder die... Das Rad der Schmerzen finden. Scheiße, Leute. Hört auf, auf mich zu schießen. Ich such mein Rad. Mit Rat und Tat. Ah ja, doch. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da steht's schon, Leute. So, da haben wir schon mal ein bisschen Personal. Das ist doch super. So, rein mit dir. Wehtrücken. Werde ich noch verfolgt? Fertig. Hört doch mal auf mit eurem aggressiven... Ach. Geh weg. Genau. Oh, was ist denn das hier oben? Set, hohe Priester. Ey, haben wir das Buch schon gelesen? Anscheinend ja. Set, Priester. Wartet, wir gucken mal hier noch. Vielleicht sind ja hier noch interessante Typen. Stügischer Gerber, Teil... Äh, Teil 2. Ein Zweier. Hier oben sind ja auch noch Leute. Was bist du für einer? Bogenschütze. Set, Priester. Oh, Hushu und der Reißzahn. Den will ich aber auch haben. Kriegen wir den jetzt? Wartet mal. Wartet, ich muss erst mal den einen wegmachen. So, einer ist weg. Bogenschützen kann ich überhaupt nicht leiten, Großer. Oh, kommt doch nicht alle auf einmal. Mann, 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 Mann. Oh, Mann. Oh. Ja, 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 ja. Ist doch gut. Ich hab doch keine Ausdauer. Eine Fresse. Ei. So, dieser Schei... Oh, jetzt hab ich dem eine gegeben. Ich will den Bogenschützen eine neinknallen. Geht mir auf den Sack. Oh, er stirbt nicht. Warum stirbt er denn nicht? Was ist denn mit ihm? Sorry, Leute. Wenn ich so in Fahrt bin, da... Erlebe ich. Jetzt ist Schluss, ja, du... Drecksbogen-Darts-Arschgeige. Das hat der, den ich eigentlich haben will, übelst einen Schaden bekommen. Oh, ey, ey, ey. Meine Fresse, seid ihr aggressive Schweine, ey. Oh, ey, Alter, was machst denn du? Mensch und Kinder. Oh, ey. Oh, diese Tante hier auch noch. Jetzt ist es vorbei. Hau ab, Mann. Leute. Ich komme hier gerade auf keinen grünen Zweig. Oh. Jetzt ist da schon wieder ein Bogenschütze. Soll ich denn hier wahnsinnig werden? Wartet mal, Leute. Ich muss hier mal kurz. Alter, Verwalter. So. Oh, 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 oh. Ja. Oh. Wie diese Bogenschützen mir immer aufs Schwein gehen. Das ist unglaublich, Leute. Jetzt haut doch mal zu, Mensch. Oh, nee, es war der Falsche. Oh, nee, es war der Falsche. Ich werde noch wahnsinnig. Ich werde noch wahnsinnig hier. Fuck off, ey. Ausdauer. Wo bleibst du? Ich, ich mach doch gar nichts. Warum geht die Ausdauer nicht hoch? Boah. Die Bogenschützen sind so es absolut widerlichste in diesem ganzen Spiel hier. Er haut nicht zu, weil er wieder keine Ausdauer hat. Mann. So, jetzt ist Schluss hier. Oh, warum nimmt er? Ach so, er hat kein Getränk mehr. Oh, was ist denn das jetzt? Mann. So, jetzt wirst du verprügelt. Macht er auch noch Rückwärtsseite. Oh. Oh, nee, du. Gleich haben wir ihn, Leute. Ich weiß, ich hätte meine Relikienjäger mitnehmen sollen und die ausstatten sollen mit Keulen. Aber ich mag es ja auch kompliziert. Ihr kennt mich ja. So, ich hoffe, der bleibt jetzt dran, wenn ich hier runterhüpfe. Oh, was für ein Kampf, Leute. Mehr Kampf als Krampf. Mehr Kampf. Mehr Krampf als Kampf. Meine Fresse. So, jetzt gucken wir dort nochmal hoch, ob dort nochmal gescheite Leute dabei waren. Oh, nee, du. Naja, wir haben es ja geschafft. Was ist hier eigentlich in der Kiste drin? Äh... Pfff. Naja, nimm das mal mit. So, Freunde. Dann nehmen wir gleich unsere Ausbeute. Ein Schmiedstufe 2, Schmiedstufe 1. Gut zu wissen, dass hier oben so viele Typen sind. Bogenschütze und Bogenschütze. Oh, Bogenschützen, wie ich sie hasse. So, hier sind wieder Leute nachgespawnt. Zweier. Okay. Leute, holen wir sie raus. Aus dem Rad und nehmen die ersten Leute mit. Puh. Jetzt habe ich aber geschwitzt. So, haben wir noch was normales zu essen. Jetzt wird mir heiß, wenn ich das esse. So, also, den Schmied nehmen wir mit. Aber wir können immer bloß eintragen. Na gut. Dann müssen wir jetzt ein paar mal hin und her rennen. Aber wird schon. Theoretisch hier raus, ne? Oder? Ja. Haben wir jetzt auch wirklich den Schmied mitgenommen? Genau, den haben wir. Den stecken wir jetzt erstmal in eine Kiste. Bauen oben diese... Diese Werkbank. Die wollen immer noch verreißen. Ja, Leute, ich weiß. Ich hätte meine Religienhunter ausrüsten sollen mit Kollen. Dann wäre das wesentlich entspannter abgelaufen. Aber... Ihr kennt mich ja. So, dann packen wir den hier erstmal rein. Und jetzt müssen wir kurz schauen. Wo ist denn mein Gummihammer? Hier. Werkstätten. Schmieden. Und zwar brauchen wir diese hier. 50 Eisenverstärkung. 50 Ziegel. Ziegel müssten wir doch hier haben. So, 50 Stück. Achso, müssen wir da noch... Kann man so eine Werkbank einfach so aufbauen? Also brauchen wir dafür... Oh, hallo. Ne, wo habe ich denn das Material? Ah ja, hier. 50. Okay, Leute, wartet mal. Wir gucken mal. Werkstätten. Ah, die kann ich auch einfach so unten Dreck bauen. Ne? Das ist doch super, Leute. Dann machen wir das. Muss ich zwar jetzt das ganze Material da hoch schleppen, die ganzen Stahlverstärkungen, aber egal. Ich will, dass das alles hier in der Nähe ist. So, dann pack mal hin das Ding. Ganz trocken. Jetzt holen wir den Schmied. Wie gesagt, Eisen und so ist hier in Hülle und Fülle. Ah, das Gesäpple ist jetzt halt ein bisschen blöd, aber egal. Ich glaube, in dem Fahrstuhl hätte es länger gedauert. So. Schmied. Mitnehmen. Ei, 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 ei. Das kann ja lustig werden. So, da haben wir aber zumindest schon mal dort oben jemand, der uns die Stahlverstärkung herstellt für unser Bauvorhaben. So. Zack, rein mit dir. Kapfer. So, wartet. Was braucht man denn für Stahlverstärkung? Braucht man da noch was anderes oder brauchen wir nur Stahlbacher? Wir nehmen einfach die kompletten Stahlbahnen, sind jetzt überlastet. Obwohl, wartet, wir können unseren Reli das geben. Soll der doch, dass wir uns schleppen. Obwohl, da können wir auch gleich Eisen mitnehmen, ne? Aber das wartet. Und das nochmal zurück. Da habe ich eigentlich so viele Steine. Äh, haut die mal hier rein. Wartet, Leute. Sorry, das Sporn so, schon wieder so impulsiv war. Aber, ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst ja, wie es ist. So, 1000 Eisenbachern hier, bitte tragen. Und nochmal 994 Stahlbahnen. So, komm mit. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Typ war, den wir da gerade niedergeknüppelt haben. Ich hoffe, der kann was. Sonst hat es sich gelohnt, die ganze Aufregung. Hahaha. So, dann müssen wir hier oben noch eine Zimmermannswerkstatt aufbauen. Obwohl, eigentlich ist es egal. Das Zeug kann da unten bleiben. Halt, du musst mir das geben. Gib mir her. So, zack, zack. Und jetzt können wir doch hier Stahlverstärkung ohne Ende herstellen. 939, alles klar, läuft. Dann haben wir hier schon mal, äh, die Grundlage geschafft. Wie gesagt, hier geht es dann in der nächsten Folge los. Da freue ich mich richtig drauf. Ähm, genau. Den Rest werde ich jetzt hier in aller Ruhe machen. Da müsst ihr ja nicht dabei sind. Ich werde die Zimmerleute hier reinstellen. Obwohl, die Zimmermannswerkbänke, die sind hier schon... Huch, bist du gestürzt, meine Kleine? Kriegt ja nichts. Die haben hier schon ein bisschen was produziert, aber wir brauchen ja für den Bau richtig viel. Oh, wir brauchen Harz vor allen Dingen. Okay, ich kümmere mich. Ach, guckt. Alles da, Leute. Alles da. Äh, so. 410 laufen da nochmal durch. Ich denke mal, wir brauchen die 10- oder 20-fache Menge für dieses ganze Bauvorhaben. Das wird eine Riesennummer, Leute. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Reingucken. Wir sehen uns dann morgen in der grandiosen Baufolge wieder. und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.